So, da sind wir aber schon wieder in der nächsten Mission. Dann mit dem Grenadier. Okay, kann ich mit leben. Claudette? Oh. Md present. Pretty good odds, I think. Mh? Fast tot, also rein theoretisch dürfte er... Also nicht mehr packen. Gib ihn ein. Der ist leider zu weit weg. Naja, ich muss mit der Munizierung aushalten. Der muss nicht herankommen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Ähm, das war quasi die Aufgabe, ne? Wir müssen das einmal, glaube ich, ein bisschen anders machen. Wir haben einen Auftrag. Ah, shit. Da müssen wir noch etwas anders machen. So. Versuchen wir wenigstens noch die, ähm... Ich sag mal, schnell den Auftrag auch irgendwie auszuführen, ne? Weil da ist nämlich die Claudette. Und da versuchen wir natürlich noch irgendwie... Das noch mitzunehmen. Und dann mit der Truppe müssen wir gucken, dass wir die abfahren. Mhm. Ich werde nicht ein Geräusch machen. Ich habe dir gesagt, ich bin großartig in hiding. Das ist das, was ich? Ich werde dir nicht mehr so tun. Ich werde dich wie hierher verraten. Das Schöne ist das. Das Schöne ist das. mit einer kleinen Frau, für die Gott. Ich bin großartig, zu töten. Bleib! Du hast eine Knife in eine Führung. GERLIN. Nein, nein! Wer bist du? Hilfe! Schrauben sie! Alter! Gut, fast tot. Nein, nein. Alles klar. Da ist die Frage, ob wir die, die gute da halt auch noch, äh, retten können, ne? Ja, lauf rein. Ah, schon mal ne Blutung, ist gut. Alter, das ist aber heftig, äh. Schauen wir mal, wie wir das hier am besten hinkriegen. Ne, das ist, ähm. Ja. Boah, ich hab keine Ahnung. So, Einsatz. So. Ach, weißt du was ich sagte? Da können wir auch noch rennen, ne? Okay. Elite Bandit, Elite Barudeur. Ja. Wir müssten dann quasi schon, ähm... Sie hat nur nur einen Schuss. Ja. 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 Sie hat etwas reales Feuer in mir. Es warme mich auf. Bleib weg, Or... ...or du bekommst ein Knife in deine wunderschönen Feste. Eine gute Überraschung hier. Hilfe! 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 Wir machen mit dir später. Hilfe! Hier ist es nochmal stark. Einer muss es ja immer versauen, ne? Aber er hat ja auch, glaub ich, nur... Ne, der hat ne Pumpe. ...ne Scherge. Chance auf ein Missgeschick hoch. Das ist natürlich doof. Barry kann jetzt auch nix machen. Der ist so weit weg. Oh Gott! Fucker! Okay, was ging jetzt da daneben? Welter Höhe. Ich werde versuchen, ihn zu bleiben. Okay, das geht. Aimee. Ha! Kannst du versuchen wieder, Dor? Für was? Für die Lägen! Mh... Der eine Typ, der müsste doch mal so langsam sterben, oder? Am ich der einzige, der hier weiß, wie kämpft? Mh... 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 Oah... da ist er doch tot alles klar wir brauchen diese granate hohladungsgranate es wäre super wenn du vielleicht dich da raushalten würdest alles klar das bringt mir nix wo ist barry brauchen die hohladung gott nicht gut jetzt können wir hier noch ein misser werfen ach ja munizium verbraucht da liegt wieder einer äh barry könntest du vielleicht dich äh ähm wir haben eine gratisbewegung wir haben noch eine hohlgranate ein kopfschuss ein bisschen reich heute mehr ein kopfschuss so eine träge anders granate wirf noch nicht weit da haben wir noch eine schere und der eine typ noch ähm sehr schön noch mal fast tot gut gib sie ja ja ist ja gut du hast das gleich hinter dir du hast das gleich hinter dir alles klar ne ne da muss sie glaube ich schießen schießt auf dem oberkörper ein das auf dem den das das j no das 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 Ich komme zu meinem Bruder in der Refugee Camp. Er muss sich über mich beschäftigt werden. Bitte, komm uns sehen, wenn du immer näher bist. Du musst ihm sagen, dass du den Mann schlägst. Du bist in deinem Wissen und Wissen. Erstmal direkt verticken, ja. Haben wir sie ja doch gerettet. War jetzt nicht ohne, aber... Pumpe... Igor, nimmst das Messer mit. Wir gehen? Wir gehen. Der ist ja auch schon ziemlich angeditscht, ja. Naja. Piri Unger. Was Hackbares. Kalina hier. Da ist eine Falle dran. Brauchen wir jetzt hier nicht noch mehr Verletzungen? Zwei Teile geboren. Leuchtfackeln, ey. Let's bounce. Let's move. So, die Frage ist jetzt, schaffen wir noch den Büff zu retten? Ja, ihr habt Kräuter gefunden. Wo? Wird Kräuter hier nicht angezeigt? Da. So, Ice hat einen Hit gekriegt. Die müssten sofort los. Ob sie sie kriegen, ist eine andere Geschichte, ne. Ja. Sind das jetzt die? Voraussicht ist Ergebnis Niederlage. Voraussicht ist Ergebnis Niederlage. Gleich wieder da. Ja, ich pf. Jetzt mache ich die Mitte. Ich kann das. Sorry, ich kann das. Ich habe das mit, was sagen, was ich noch mal? Ich muss sagen, ich mache das mit dem Punkt. Ich werde das mit. Amen. So, das ist glaube ich der einzige Versuch, den wir haben, das hier vielleicht irgendwie hinzukriegen. Okay, hat einer Eis, hat ein Medic Boy, wer ist denn hier der Beste eigentlich? Barry, dann kriegt das Barry. Wir haben keine Ruhrladung mehr, ist auch nicht gut, wir haben aber noch einen Raketenwerfer. Wir haben noch Hanggranaten. Wir haben noch ganze drei Schuss. Sie hat noch 5 und die M14. Also die können noch voll durchladen. Bei ihm sieht es dann glaube ich schon ein bisschen schlecht aus. Ach, wir haben für die Farmers, ach das sind 5,6, wo? Oh, 5,56. Ja, dann müssen wir es anders machen. Ja, die Farmers, die wird da nicht mehr reichen. Der Raketenwerfer muss es, muss es machen? Wir speichern jetzt einfach mal und gucken, dass wir jetzt hier irgendwie, dass wir hier irgendwie durchkommen. Da haben wir einen. Barry. Die müssten eigentlich zusammenstehen, das wäre am besten. Aber auf einen Schlag, die jetzt hier schon mal so dezimieren können, dass sie nix mehr großer, die machen. Das wäre top. Zumindest wenn ich dann schon mal vier Stück kriege. Da haben wir nur zwei. Drei. Achso, ich muss dafür wieder aufstehen. Okay. Okay. Hier kann ich leider nix machen. Ja, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Scheiße, ey. Was? Kannst du dich noch hinknien? Kannst du dich noch hinlegen? Ja, ich kann kein Ding jetzt machen. Das geht voll in die Buchse, ey. Unerreichbar. Achso, ja, ich sollte vielleicht mal die Waffen wechseln, ne? Was? 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 Oh, mit deinem scheiß Messer. Ach Gott, ey. Oh, da kommen noch ein paar. Was brauche ich denn Raketenwürfel für? Nein, der schießt doch nicht daneben! Gut! 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 leider nicht so ganz guten schuss na pumpe das ist halt das problem wenn ihr auf einmal alle daneben schießt das ist Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. alter ich komme vor wie bei ernsthaft wie geht das du stehst vor ihm hallo hallo jetzt kriegen wir den wieder nicht da ohne der typ blutet der ist verletzt ja ich kann ich kann jetzt gerade nicht verstehen warum sie alle daneben schießen ich check es nicht das kann doch jetzt nicht wahr sein wie hier bei ufo da stehen sie auch vor dem gegner und schießen daneben alter lachse müssen wir halt irgendwie so machen keine ahnung wie wird das da alle schmeißen was wir haben lebt davor wir machen sollen so alter was machen die ich das mg muss weg was war das fast tot eine granate ok wir haben jetzt genau ein schuss das 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 da ist die knarre jetzt leer du bist den jetzt eben weg wir gehen nun mal sicher wer blutet da noch wir können mal gucken dass wir hier nochmal mit einem raketenwerfer hier arbeiten ja es ist okay die stehen alle jetzt ganz gut hier igor muss den das angee umnieten wir machen das ganz safe hier so der schwachung ist am bluten wir haben noch eine granate und hopp der ist unverletzt das müssen wir ändern sehr gut der ist fast tot der ist verletzt ja alles empty aber wenn der jetzt anläuft rennt er gegen eis wass the work noch mal ne ne 1 der schloss reicht zu weit weg ich glaube wir haben es geschafft da hinten kommt noch einer mit einem g lassen wir uns mal rankommen grisly hier 65 prozent nochmal mal ausstehen versuchen nein alles gut das muss so machen wir mal ich glaube das ist nur einer im haus ne die hat auch noch ein schuss du hockst dich hin lassen wir mal rankommen ach da sind noch ein paar oh shit da ist ein raketenwerfer aber das musste ich kann 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 das ich kann Boah! Alter, Alter! Harder Fight! Uh, nur Kommando! Ich kann das alles machen. So, mit viel Sprengstoff haben wir es geschafft. Jetzt haben wir noch einen MG. Äh, entladen. Jeder hat eine vernünftige Hose an. Wir haben Raketen. Wir müssen Raketenwerfer noch operieren. Gut. Ja, das war ein sehr, sehr harter Fight, ey. Ja. Das ist jetzt aber auch dann... Warte mal, das habe ich nie gesehen. Können wir hier irgendwie noch laden? Kampfende, das ist gut. Dann können wir es mit einem Barry nämlich dann entschärfen. Weil die Gute hat es ja Kompletze liegt jetzt fast. Einen ganzen Schuss haben wir nur. So, machen wir es nochmal. Ach, wir hätten auch Rohrbomben gehabt. Barry... ...Eis kriegt... Ach, ne. Ach... Das wollten wir so machen. Entladen. Den zerlegen. Wir haben eine Hose. Alles gut. Gut. Da... Das ist die gute Alta M16. Ja. Er kann das wenigstens. Da ist nix. Morometall gefunden. Topf. Das muss das gewesen sein. Wo kommen die denn jetzt her? Mechaniker. Jaaaa. Wir haben es geschafft. So, die sind noch am Heilen. Da ist ne Reparaturwerkstatt. Mit Hilfe der entsprechenden Operation Mouring und Sprengfahr. Jaaaaaa, schoooon. Das war klar? so ich mache jetzt aber jetzt hier erstmal feierabend ich denke mal das reicht für heute ja bis zur nächsten folge